hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren unversprochenen folge daisy eure gastgeber sind wie immer der gunshot dann hast du noch mit dabei ja ich bin oberst leo hallo ich bin oberst leo hallo und noch mit dabei der ach nee das ist oberst leo und wen haben wir hier stell dir mal vor minion das ist der bounty mensch der bounty mensch ja wir sind jetzt bei naja nicht der neuen stadt sagen wir mal der letzten stadt die jetzt im update mit kam ich weiß nicht wie man es ausspricht norwod mit ross keine ahnung wollen uns diese stadt ein wenig näher angucken weil wir hier noch nicht viel zeit verbracht haben und natürlich gucken ob ein bisschen action bekommen natürlich und ich brauche ganz dringend eine water bottle weil ich keine habe deswegen um wir uns diese stadt anzusehen sind wir jetzt auch voll geschissenen server gejoint okay wir sind etwas nördlich von der stadt weil hier irgendwie nix ist und weil man hier ganz gut rein laufen kann hier hat jemand ein baum gefällt woher wisst ihr das denn dass man bei der nördlich gut drei wir müssen wir müssen uns die weiß ich nicht das haben wir jetzt einfach mal erwarten in den baum angucken dann wissen wir wie lange er gelebt hat der kann da zählen hier also ich kann nicht zählen ich kann 1 2 3 4 ok lassen wir das lassen zweiter ist noch einer das noch erzählen nein das mal okay so wollen wir mal ein stück weiter nach unten ich glaube nicht dass in den hochhäusern großartig herum stoppt ja aber achte auf den kirchturm oder hotelturm was es auch immer sein soll du machst unsere opfer immer vor na und müssen wir das klischee jedes mal wieder erfüllen der quoten schwarze ok ich bin jetzt hinter ein der hochhäuser ich laufe schon rein hier mit ich habe sie schon wieder der ist gerade beim grünen haus da vorne ja ich warte ihm ja am besten direkt auf der straße und winke ja habe ich auch gleichzeitig ach was wir sind ein bisschen zu früh reingelaufen und jetzt ist nur noch die polizeistation jetzt los die fliegen alle runter ja wir werden auch gleich hauptsache wir fliegen nicht runter ja wahnsinn was ist denn mit denen los da hat wohl jemand die bettel ein klient nicht geupdatet oder alle gleichzeitig den heckknopf gedrückt so du bist jetzt weiter vor gerade ja ich glaube ich auch so runter links davon wie immer ja ich rede gegen einen busch stellst du denn jetzt auch nicht deine optik ein wenn du so rumläufst also ich verstehe jetzt gerade auf 200 aber ich stelle sie jetzt auf 100 um mache ich auch mal ich warte auf euch bin hin bin an coming and coming home coming home tell the world ich habe ein zombie gepult schleichwerbung du hast ein zombie gepult von wo denn es hat mich angebrüllt ich weiß nicht wo der herkam ich bin sicher da kommt gleich ein zombie um die ecke werdet ihr euch alle entschuldigen knall ihn mit der axt ab knall ihn mit der axt ab schmeißt die axt drück g waltet auch ein bisschen den linken raum im auge also alles sowas auf dem berg ist gerade gerade für den bruchteil einer sekunde eine gelbe kette von dem bruchteil einer sekunde das war ein mini lag sie kommen selten vor wo man hier im kiosk ich habe eine dose peaches zwei dosen peaches die zweite will ich ich mag für sich warum ist es eigentlich beim vornamen nennen oder nicht weil irgendwann kriegt das bounty ja sowieso nicht mehr geschissen nennen wir uns aber da weh schon aufnehmen das ist alles super also wenn ich euch mal kurz darauf hinweisen ganz schott ist matthias oberste leo beziehungsweise in game hier in zeit ist dominik und bounty killer ist daniel ihr könnt aber auch leo zu mir sagen ein doch vor dem internet zu dir sagen im internet gehört dieser nick mir glaube ich nicht und auch dominik oder kann ja wo bist du denn jetzt schon wieder du ich habe doch gesagt ich bin weitergegangen ich bin in der senke weitergegangen ja was gibt es alter davon ist das mit davon halten wir die klappe da vorne ist das gefängnis das gefängnis da vorne am ende der straße ist das gefängnis oder herrn mich nicht peaches mal eben einen laufpunkt machen du müsstest es ja auch sehen dies gerade nicht nein ach so du meinst hier auf der linken seite der straße ja 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 dann dann weiß ich wo es ist gut dann rennen wir da mal hin ich bin noch ein stück weiter vor euch vergessen ich habe ein green barrett also grünes barrett und abc schutzmaske das steht aber nicht dran da steht was dran es ist was anderes das zählt hier nicht warte mal was ja idioten ihr seid rechts von der straße gelaufen natürlich ja ich hätte euch jetzt beide beinahe über einen haufen geballert naja dann wäre es eine kurze aufnahme geworden das wäre wirklich eine kurze aufnahme geworden aber gut ich nehme ja noch auf und ich lebe ja noch noch doch wo ich hätte bestimmt ein schlechtes gewissen habe doch nicht bin links von euch vielleicht solltet ihr ein bisschen langsamer machen weil hier könnten rein theoretisch auch leute sein ich beobachte jetzt mal ein bisschen die gegend oben ist auf jeden fall die tür auf mich weiß aber nicht ob die auch regulär offen ist oben die ist nicht offen aber die ist jeweils geschlossen unten ist sie auch offen die war eben noch zu näher bist du zu weit weg das ist der meistens das kannst du zu weit weg bist wird dir das alles alles geschlossen angezeigt ich habe eine idee ihr wollt ja rein oder hier durchwühlen eben mal die garagen hier gleich in das dass die garagen die hinter mir waren die waren noch geschlossen ja ich weiß aber sie aber to drink tactic jetzt hier in das rote haus geht nach oben und beobachtet die tür vom gefängnis und gebe euch zu not rücken rückendeckung wenn ihr rein die zu not auch noch und hier ist wo bist du denn jetzt ich bin hinter den garagen jetzt beim grünen haus ich bin jetzt oben und habe den eingang im blick jetzt auf 200 meter wieder hoch wir sind vorbei an der zeit keine beobachtung immer vor dass den schwarzen vorlaufen und schwarzer vor 9 er heißt smith mit smith alle heißen smith ok wie ein was hier ein wer geht hinten rein und das ist gerade nur gar nie du bist ja das also matthias du bist ja das mit schwarzen helle die schwarzen er auch gehört von außen wir gehen ins gefängnis rein ja ok ich fall den eingang im augen die ich wusste ja ich schließe die türen ja auch lecker ist gerade wenn man kann hier nicht mehr so gut unter die treppe gehen ok du hast ja noch außen alles in bewegung der schuss kam von von rechts von der straße also aus meiner richtung ja wo genau bist du noch mal im roten haus im roten im roten haus ja ach so an dem wir vorbeigelaufen ja genau im endeffekt die wenn du der straße wenn du jetzt aus dem gefängnis rauslaufen würdest direkt aus der richtung irgendwo also aus meiner richtung quasi ich habe auf jeden fall nicht auf euch geschossen haltet aber auch den hintereingang im auge der hintereingang kann ich den müsste die müsste daniel abdecken weil ich den front einmal spieler zwei sprüller nicht rum wo um die rechts von dir und hinter die straße kommt auch einer ok ich komme hoch also dominik am grünen haus ist einer gerade hätte über die straße gelaufen und gegenüber von deinem haus kleines werkstatt gelände von da kamen gerade zwei spieler in unsere richtung und sie kommen in deine richtung jetzt zum roten haus ja okay ich war halt erst mal kurz meine tür mal im auge ihr müsstest du jetzt sehen können oder ist gleich auf der straße die sind gleich genau vor die auf der straße aber ist auf der straße wir sind sie kommen ins haus bei dir oder was bei dir ins rote okay alles gut wenn dann sagt bescheid dann gehe ich mit raus und schieße ganz ruhig weil die tür aufgeht ok ok komm rein der eine ist tot der andere red vielleicht unten raus war diese wo bist du bin oben ganz oben da schließt noch einer leute ich sehe die leiche nicht irgendwo durchgepackt ich sehe die leiche unten auf straße nicht auf straße und der andere licht in der tür und der andere hinten 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 verschwunden ob der eine hat in m4 oder so wird er freut sich ja gleich jemand werde ich will ihn nicht haben ich habe eine akade ist zehnmal besser da steht der steht wieder auf wer schieße der stück der auf der straße lag dass wir aufgestanden heiße und der andere reichen da kommt jemand noch auf dich zu und zwar hinter dem grünen haus deckt irgendeiner ja ich muss hier ab und zu auch im gefängnis nachgucken dass hier keiner kommt er ist hinter meinem haus ja kann ihn aber noch nicht sehen er war der andere nur an kann ich das geschossen von dem anderen der gerade aufgestanden ist aber straße fehlt aber jede spur ja der ist einfach weg gerannt jeder kommt eine rein wobei die runden ja ich war gerade unten an der tür ach so da steht eine ome ecke gehen nicht mehr raus ja nicht mehr raus da kommt noch ein zweiter von hinten vom grünen haus kommt noch eine gute der den gerade jeder macht gar nicht selber hat denn die ecke hervor geguckt wo du gerade rausgelaufen bist okay so jetzt sind wir an der ecke und guckt er guckte immer noch und vom grünen haus hin kam gerade noch einer gelaufen ob das ist der dinge an kannst du geschossen wurde also meine leiche liegt er noch ich habe leider kein scope ich kann nicht auf die schießen hier von hier unten konnte ich den hätte ich perfekt auf den schießen können der guckt auch immer um die ecke ich könnte versuchen mit dem longhorn auf ihn zu schießen warte mal aber hier unten haben wir keine deckung im gefängnis das problem hier in das gebäude kommt man nur durch eingang rein der ganze wende dennoch den den fort meiner tür irgendwie und der andere der hätten am grünen haus ist ist jetzt ein haus weiter nach hinten verrückt also ein haus weiter weg von dir aber er ist noch daher guckt immer ein bisschen um die ecke ganze see matthias ja ja ich habe gesehen ich könnte auch auf ihn anlegen aber dafür müsste ich doch auch noch so ich kann nicht der ist noch der ist noch zu weit weg der will nur dass wir schießen damit die sehen können wo wir sind ja mit dem blog man erwische ich den doch auf die entfernung natürlich was meinst du warum auf dem longhorn long range drauf ist du kannst es gerne probieren da musst du noch hier unten mal gucken dass der keiner unten durch die tür reinkommt ja warte mal eigentlich ist es gerade ein bisschen ungünstig ich brauche auf jeden fall eine noch denn bei mir mit vorne okay war der er kommt gleich wieder er guckt immer nur ich glaube er weiß aber wo von wo aus wir geschossen haben er weiß auf jeden fall dass ich hier drin bin ja ich habe einmal auf ihn geschossen was der dahinter im haus und lang gelaufen ist okay ich habe gerade geschossen ja ich habe nicht erwischt glaube ich aber man hat die denn gerade geschossen ich habe gerade mit dem ding geschossen mit der mit dem longhorn ok bringt tatsächlich nichts auf die entfernung ich konnte auch die entfernung nicht verstehen ich dachte bloß wenn da schon so ein scope drauf ist dass ich dann weiter schießen kann leider nicht ja dass du musst jetzt was wenn ich wissen wie die aufgeteilt sind die zwei sonst könnte man locker von hinten russian ja wir wissen auch gar nicht wie viele ist eigentlich sind aber die ränder aber das sind bestimmt nicht nur die beiden da kommen wir schon noch mehr glaube ich nicht ganz geduldig jetzt habt ihr beide im blick ich sehe die jetzt momentan nicht mehr die gucken auch zum end in ecke vorwärts sind sie jetzt sehe ich sie nicht was nicht mehr weil hier unten das mit dem treppenaufgang hier ist halt scheiße wir sind wir uns im gefängnis eigentlich nicht die ganze zeit einmauern was los er guckt wieder was sind mit der pistole geschossen kann das sein dass eine auf mich versucht zu schießen hat einer gerade von euch kein ist aufpassen dass sie nicht versuchen offen okay wo sind schuss ja wird auch nicht geschossen hier um er ging knapp an meinem kopf vorbei wenn es du hier gerade rum ja ich muss runter so gut weil gerade jemand mit der mose auch nicht geschossen hat ja gut ich hab den hintergang hier im auge jetzt wir haben uns das natürlich einkäseln lassen ja das ist schlecht und ja immer noch ausbrechen ja auch wenn der schon auf ihn noch mit dem mosen geschossen wurde wo sollen wir denn hin zu dir ins roter haus sind vogelfutter nein dann rennt ihr direkt auf die zu ja wenn ich reicht einfach weiter also ihr weicht weiter aus in stadt innere und dann geht ihr ein bisschen den hügel runter also sprich südlich und dann um geht ihr die du weißt dass wir dann von hinten kommen genau oder zumindestens einer einer muss ich sollte sich vielleicht da blicken lassen oder sowas sonst merken sie es ich weiß es nicht also wenn er von wo aus kann denn mit der mosen auch mich schießen nicht von überall erst mal einer ist wahrscheinlich dann hinten auf dem berg gelaufen nördlich jetzt von unserer von meiner position nördlich auf eingeschossen gehabt der versucht sich wahrscheinlich jetzt euch zu umgehen und eine bessere schussposition zu suchen die beiden sind aber auch noch da ich sehe die jetzt wieder meinst du die würden mitkriegen wenn wir durch den hintergang abhauen also die beiden glaube ich nicht ja dann lass uns durch den hintereingang abhauen aber ich werde aber zusammen weil ich bin ja eben gut ich gucke mal kurz herunter ok voreingang ist noch zu türen sind auch zu ich überprüfe mal eben hier das ich habe momentan die tür sind die links auch auf die eine tür habe ich aufgelassen nein die 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 garagen war nicht er redet mal bitte nicht allzu viel ich will hören wenn ihr einer kommt gut wir jetzt die tür aufmachen wenn wir einfach geradezu weg ok ok soll ja auch machen ja wir hatte so bekommen ja wir kommen da weg ok alles klar hinterher ich habe keine ahnung wie ich am besten lange hier ist die straße direkt dann sehen die uns wieder wir kommen wir auch nicht anders raus doch 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 ich bin hinten dran ja auch bis in den haken schlagen mache ich okay wir müssen jetzt natürlich vorsichtig sein die können überall noch welche sein das ist das problem ok südlich damit wir so umgehen jetzt muss ich kurz gucken wir hier weiter ihr könnt ja was dass ich so 100 oder sagen wir mal 200 meter weiter westlich von meinem gebäude den abhang wieder hochkommen und dann erst mal gucken ein bisschen beobachten ob die leute da noch stehen und ob ihr ein schussfeld habt weißt du aber wohl du läufst es ist verkehrte richtung oder nicht ja rote kette wir haben kontakt gleich noch kein es kann jeder sein aber du läufst du jetzt verkehrte richtung ich bin der meinung dass ich jetzt wieder ich bin doch nicht geht auch umfassend hier ich will doch hier weiter rum und jetzt gleich wieder rechts hoch oder was ist jetzt meine idee falsch gut ich dann verstehe ich das nicht ja kann auch sein dass ich mich jetzt falsch orientiere gerade aber ihr müsst doch ungefähr wissen wie die himmels richtung hier sind ja das ist doch jetzt egal wie gesagt ich bin der meinung hast du lieber auf dass da unten keiner rein rennen und ich umliedet ist das jetzt nicht wieder die straße richtung gefängnis ja aber wenn wir jetzt ich hab ich hab ruhig bei mir rent noch einer rum bei mir kommt gleich einer rein weil er versucht hat seinen kumpel zu looten weil sie nicht hat ja so bist du jetzt über die straße ist rüber gelaufen ja ja komm her gucke siehst du dass die straße das wollte ich das war ja der mosin der mosin schuss kam aber hier aus dieser richtung ja die verschieben sich aber auch noch jemand auf euch das hat nicht so geklungen als ob das bei uns eine schlage ist war pistole ja pistole ach du scheiße ach du scheiße hier weiter rum wo geht ihr dann lang verdammte ach ja weiß ich auch nicht ich sehe nicht durch einfach nur ein stück südlich den abhang runter denn wir nach westen versteht was machst du denn darum streichst du das mikro gesagt damit er eben ruhig ist ich renn doch jetzt hoch damit wir hinter denen kommen ja das weit umfassend machen damit die das nicht mitkriegen darum geht es mir ja aber wenn die mosin schütze gegen beobachten hat er uns bestimmt gesehen du das hätten verstehen bleiben müssen das wäre aber quatsch ich renne da jetzt hin und versuche da die anderen von hinten wegzulaschen um dominik da rauszuholen okay wir haben eine ein soldaten in bedrängnis müssen ihn freikämpfen und das ist alles wegen der feldflasche black hawk alles das wegen der feldflasche so ich kann von hier aus das gefängnis sehen genau so und auf höhe der brücke näher und wie er redet er lädt gerade motion um wo ist denn schuss ich glaube ich glaube da war auf mich oder auf den typen da keine ahnung der mosin schüsse kurz mehr schüsse der mosin schütze kurz mehr schon also ich habe kein mosin schuss gehört ja ich ja okay wir werden weiter nach planen und jetzt gut aber du bist weg im wasser wie er die waffe weggepackt hat so bist du denn jetzt schon wieder ich bin noch hier wir renn jetzt gleich einmal quer über die straße rüber müssen sie direkt sehen ich renne jetzt über die straße rüber jetzt auf wen wird geschossen hast du mich wieder da bist du doch alles klar ich wollte ich trotzdem nicht ach da jetzt richtig bevor sich der eine typ der trieb sich immer ziemlich weit hier hinten rum soweit naja ist immer ein bisschen zurückgelaufen und kam dann wieder auf der straße zu dem grünen haus gelaufen dann hat er da immer ein bisschen rumgeguckt ok pass auf wollen wir stücken hier gerade aus hoch den wald hoch und dann von oben ein bisschen kurz doch mal eben kurz mal gucken ob wir hier schon irgendjemand sehen können wie ich mein hals gerade lang mache um darüber zu gucken ne auch so ein quatsch ja so ok lassen wir hier das zielод uns wo hinter uns kommen kommen zurück 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 und über den berg gelaufen siehst du ihn ich sehe jetzt ist glaubt er wieder zurück ist er weg in den berg ist er wieder in den berg das kann sein dass es ja der musik schütze mein gott das wird heute auf mich geballert hier der verschiebt sich der perner ja was wir müssen hier was du hast gesehen wohin gerannt ist wollen wir nicht erstmal ausschalten da bevor er zu bedrohen kommt da mal da ist noch einer links ist noch eine um er hier zu mir dann kannst du sehen der geht daran lang ich bin bei dir nein was die daher ich sehe langsam mal hilfe ja wir haben hier zwei leute hinter uns drei jetzt noch eine ok als mosenschütze verschiebt sich jetzt so weit dass er auf mich schießen kann siehst du sie noch ich sehe ein der läuft jetzt jetzt hier steht immer hinterm busch aber einer ist wieder zurück auch die richtung hügel gelaufen aber wir müssen jetzt hier weg weil sonst umgehen die uns wir gehen wie will auch jetzt geradeaus über den wald ja ja genau und versuchen dann trotzdem erstmal weiter richtung der umweg zu kommen ja ok ich renne rüber ab geht's ok auch das scheiß gehen ist jemand ja das bin ich dieser blöde spacko die ganze zeit die tür wieder auf macht ich bin tot ja warte du bist du ja Wo bist denn du? Ich bin links vorne bei dir. Jetzt muss ich mich von diesen Behinderten auch noch beleidigen lassen, weil ihr die ganze Zeit da rumgammelt und euch die Eier schaukelt. Die schaukeln uns doch nicht die Eier. Ja, das sieht man ja. Dreckst Tommys auch noch, gibt's nicht. So, komm weiter. In den Walddingern bleiben. Da ist schon das Roter Haus. Ja. Ich suche gerade ins Fenster rein zu gucken. Ich sehe aber nichts. Ich kann euch gar nicht ins Fenster richtig reingucken. Was jetzt? Naja, die ausschalten, ne? Äh, quatsch er noch mit dir? Dumm. Was willst du? Habt ihr noch mit dir redet? Nein, Mann, ich bin tot. Der hat mir mal fuck you gesagt und dann ist er weitergelaufen, Alter. Wir schießen. Die bekriegt sich noch irgendwer. Oder bist du jetzt tot, Daniel? Ich bin nicht tot. Auf mich wird auch nicht geschossen, soweit ich das... ...überteilen kann und ich seh auch niemanden. Ich seh auch keinen. Ich versuch gerade den rückwärtigen Raum, äh, rückwärtigen Raum nochmal zu gucken, wegen den anderen drei Spielern. Ja. Das ist halt scheiße. Warum da ausgerechnet noch drei andere Auftaucher? Ich bin auf K. Ja. Also das irgendwie... Das kommt von hier oben, oder? Ich überleg auch schon die ganze Zeit, ob du das ordnen kannst, aber ich... Ich kann jetzt nicht genau sagen, dass es von oben kommt. Ja, leider sehen wir das Haus von vorne, nicht nur das rote. Ja. Das ist dumm, ist, wenn Dominik die von, ähm... ...vom roten Haus aus sehen könnte, können die uns dann auch sehen. Wenn wir dann näher rangehen jetzt. Ja. Das sind schon wieder so scheiß Schisser-Situationen hier. Na, die können doch jetzt nicht die ganze Zeit in dem scheiß Haus bleiben, die müssen doch irgendwie sich wieder so... ...raus verschieben. Und das wird die vielleicht sehen, aber doch nicht über die Hauptstraße, oder? Ich mein, sie sind so... Da! Da rennt einer! Ich seh ihn! Der kommt auf uns zu! Echt? Ja. Aber ich seh ihn? Ja. Komm hinterher! Was? Hinterher! Ja, ich komm, ich seh, ich hab dich nicht gesehen! Jetzt ist er weg. Siehst du ihn noch? Ich seh ihn, er links oben hinter dem Busch ist er jetzt. Links im Busch, links, links, links! Das sind zwei braune Büsche, da ist ein Bus. Ja. Ich seh ihn. Da ist er drinne. Siehst du ihn? Nee! Da, er liegt's! Da, er liegt's! Yes! Okay, lass... äh... Schieß... schießt du ihn noch? Ja, weil er sich noch bewegt hat. Und dann lass ihn eben schnell mal irgendwo anders hin. Wegrennen, wegrennen! Schnell hier hinter die Wand! Komm mit! Ich komm! Meine Fresse, Kacke! Wurde auch getroffen und ich blute! Ja, ja, alles gut, wir verschieben uns gleich an eine andere Position. Ah, hier können wir nicht lang. Oh, fuck! Wir gehen wieder hier lang. Wir rennen jetzt einfach erstmal, bis wir eine Safe-Position haben, wenn du blutest. Ja. Hier einmal quer durch. So. Jetzt sind wir gleich erstmal... ... aus der Reichweite. Bis hier noch links rein. Und dann dürften sie die Spur hoffentlich verloren haben. Dann gehen wir hier am besten in ein Haus rein, wa? Jo. Mach die Tür hinter dir zu. Jo. Kommst du? Alles klar. Gut. Dann geh mal hier bis an Ende des Ganges, da hinten. Und verbinde dich. Ich werde kurz aufmunitionieren und ähm... Ja. Okay, pass auf, wir gehen jetzt einfach... Oh, oh. Wir gehen wieder hoch. Schuss! Hast du das nicht gehört? Ich hör gar nichts, ne. AK. Hat grad geschossen. Ja, so ist hier schon wieder jemand in der Nähe. Wir haben einen Desync von 100.000 mit Charb. Du hast einen Desync? Ich hab keinen. Mit... Mit Gepo? Ja, zwei Leute. Bleib du mal hier unten stehen und gucke auf die Treppe. Jo. Ähm, ich guck mal eben schnell oben, ob ich vielleicht doch noch irgendwas seh. Achso, hier kann man die ganze Tür nicht aufmachen. Und... Ich seh hier nichts. Hier ist ein Baum zur anderen Richtung. Das ist der Stuhl in meinem Arsch. Das ist der Munitionsumschichten-Bug, ne? Hast du auch gehört, oder? Ja, hab ich gehört. Okay. Hat keinen Sinn. Ich seh unten nichts. Wir müssen trotzdem raus. Hat keinen Sinn hier sich ewig zu verschanzen, wenn wir eh nichts zu Gesicht bekommen. Ja. Meine Ping ist, meine Ping. Der FPS ist gerade übrigens eingekracht. Mal runter auf 11. Bei mir im Gebäude rennen welche rum. Da war einiges los bei dir gerade. Ja, wir haben jedenfalls den Mosen-Schützen gerade erschossen gehabt. Der nimmt jetzt noch auf, oder nicht? Ja, ja. Sag mal Bescheid, wenn der nicht mehr aufnimmt. Ja, wir sind eh gleich tot. Hier draußen rennen so viele Leute rum, dass es... Allein die drei, die hinter uns waren. Desync! Oh Gott, das sind zu viele. Mit wem denn? Mit wem denn? Die sind gehört. Okay. Welche Seite raus? Die, von der wir gekommen sind, oder die an der Straße? Welche war denn? Das war das? Die komische Tür? Von der hier sind wir gekommen, wo ich bin. Ach so. Ja. Ja, meinetwegen ist es egal. Okay. Tür ist offen. Da ist alles verwinkelt, ne? Wir könnten überall stecken. Hier ist der Brunnen doch. Ach geil. Oh schön. Nur, ähm... Durch, dass so einer auf dich schießt, oder so, ne? Ja, ach, das krieg ich ihn. Wenn wir ihn erschossen werden, werden wir erschossen. Ah, erst trinkst du, dann trinke ich. Ich guck hier so ein bisschen. Was macht der denn jetzt? Wer? Guck mal, der bewegt die Hände zum Mund jetzt. Ja. Selber machen die das denn. Oh! Schlüsse. Auf dich? Weiß ich nicht. Meiner holt die Waffe auch nicht raus. Meiner holt die... Jetzt. Jetzt hat er sie wieder weggepackt. Jetzt trinkt er wieder. Oh, oh, oh. Meiner trinkt immer noch. Jetzt hab ich die Waffe wieder... Oh Gott, das wird mal gehen. Ja, die Schlüsse sind hier ganz in der Nähe, ne? Ja. Ja. Lass uns mal wieder ein Stück zurückgehen. Und gucken, wo es herkam. Aber hier... Das ist hier direkt vorne irgendwo. Ja. Ja. Oh ja, die sind ganz schön nah. Ich seh aber nix. Ich auch nicht. Okay, kommen wir hier mit rüber. Ja, Moment. Komme. Wo isst du? Hinter dir. Das ist klar. Ich komm mal über diesen blöden Zaun. Hier ist kein Deklinderat. Ich hab berode Kette. Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Warte mal ganz kurz noch nicht weiterlaufen. Wir gucken mal eben. Oh, zu spät. Ich steh jetzt hier ein bisschen frei. Cable is soldier. Ja, ist egal wer. Äh, ganz schön viele. Ja, ist wurscht jetzt. Komm. Die haben nicht auf uns geschossen. Das heißt, die sind noch abgelenkt. Hoffe ich. Ja, hoffe ich auch. Ja, mit sprechen wird's hier immer wieder nichts. Das ist jetzt nicht klar. Ich guck grad so ein bisschen über die Mauer rüber. Ich seh aber hier nichts. Okay. Das ist hier mal weiter in dem... Vielleicht ein Geäst rumrennen. Oh, Moment, warte mal. Was? Schießt einer. Und das ganz nah. Ich glaub ich hab grad jemanden gesehen gehabt. Wo denn? Ähm, wenn du hier zum roten Haus rüber guckst, wo ich grade bin. Ja. Da rechts zwischen... Da rechts irgendwo. Aber auch entfernt. Aber ich kann dir nicht sagen, in welche Richtung die gelaufen sind. Hm. Okay, lass mal hier weiter. Nicht verharren. Ich wollte nur immer eben ins Rathaus da oben mal reingucken. Ja, ich seh hier in der Nähe irgendwie keinen. Ich seh auch keinen. Ja, hier ist jetzt natürlich alles frei, ne? Da können wir nicht so gut Deckung nehmen. Und wieder schießen? Du hast hier Schüsse gehört? Ja. Eine Strohflinte. Zweimal kurz. Ich nicht. Das ist jetzt. Ja. Entschuldigung. Ja. Ja. Okay. Hm. Wo die wohl sind? Wir baddeln bestimmt alle im Rathaus rum. Alle? Und dann hören wir hier draußen Schüsse? Ja, gut. Weiß auch nicht. Hm. Sieht mir nicht daran aus. Du bist das. Oh Gott. Ja, das bin ich ja. Ja, das ist gut. Ich hab mich trotzdem kurz erschrocken. Ich hab nicht damit gerechnet. Und hier sind ja überall auch so ein bisschen die Häuser offen, ne? Hm. Oh, das war ganz schön nah. Das war hier direkt irgendwo. Aber bestimmt hier in der Bude. Nee, oder? Das Tote! Ich bin bewusstlos. Scheiße! Von wo? Aus'm Haus wahrscheinlich, ne? Von vorne, genau von vorne. Ja. Ach du Scheiße. Und dann wird er mich ja bestimmt auch gleich töten. Ja. Dann war's das auch mal wieder mit dieser Runde von Daisy. Mit dieser Runde Day of... Ja, Daisy. Kacke. Sie endet, sie endet wie immer glorreich mit einem schwarzen Bildschirm. Kacke. 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 Auf Wiedersehen. Beideグelzeblog. vagabschlag. Välzen. 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 Ispen. Metierre. Välzen. Välzen. Untertitelung des ZDF, 2020